Das geopolitische System der Welt liefert nicht das, was wir wollen oder brauchen. Nachhaltige Entwicklung ist unser erklärtes Ziel, was wirtschaftlichen Wohlstand, soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Frieden bedeutet. Doch unsere Realität ist weiterhin Armut inmitten von Überfluss, wachsende Ungleichheiten, sich vertiefende Umweltkrisen und Krieg. Um wieder auf den richtigen Weg zu kommen, hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres weise zu einem Gipfel der Zukunft, TF, bei den Vereinten Nationen am 22. und 23. September aufgerufen, ein Aufruf, der von den 193 UN-Mitgliedstaaten unterstützt wurde. Die Kernidee des Gipfels der Zukunft ist, dass die Menschheit vor einer Reihe beispielloser Herausforderungen steht, die nur durch globale Zusammenarbeit gelöst werden können. Die Krise des menschengemachten Klimawandels, insbesondere die Erwärmung des Planeten, kann nicht von einem einzigen Land allein gelöst werden. Auch die Krisen der Kriege, wie in der Ukraine und dem Gazastreifen oder die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China, können nicht von einem oder zwei Ländern allein beigelegt werden. Jedes Land, selbst die Großmächte einschließlich der USA, China, Russland, Indien und andere, ist Teil einer komplexen globalen Struktur von Macht, Wirtschaft und Politik, die wirklich globale Lösungen erfordert. Der Gipfel wird sich um fünf Kernthemen drehen, die alle mit Multilateralismus zu tun haben, also dem System, durch das Nationen mit dem Rest der Welt koexistieren. Diese Themen sind das Ziel der nachhaltigen Entwicklung, das Ziel des Friedens, die Kontrolle neuer Technologien wie künstliche Intelligenz, die Stärkung junger Menschen und zukünftiger Generationen und fünf die Reform der UN-Architektur. Das UN-Sustainable Development Solutions Network N, das sich im Auftrag des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres leite, hat eine Erklärung herausgegeben, die die Ansicht führender Wissenschaftler weltweit zur Reform des multilateralen Systems zusammenfasst. Die SDSN-Erklärung zum SOTF ist Kapitel 1 des SDSN-Berichts zur nachhaltigen Entwicklung 2024. Beim Ziel der nachhaltigen Entwicklung ist die zentrale Herausforderung die globale Finanzierung. Die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung, SDGs, einschließlich des Kampfes gegen Armut, Hunger, Krankheiten und Umweltzerstörung, erfordert erhebliche öffentliche Investitionen. Die Hauptprioritäten für öffentliche Investitionen umfassen Bildung, Gesundheitsversorgung, kohlenstofffreie Energie, nachhaltige Landwirtschaft, städtische Infrastruktur und digitale Infrastruktur. Das Problem ist, dass die ärmere Hälfte der Welt, die Länder mit niedrigem Einkommen und die Länder mit niedrigem mittlerem Einkommen, keinen Zugang zu den Finanzmitteln hat, die sie zur Erreichung der SDGs benötigen. Die dringendste Reform des globalen Systems, die diese Länder benötigen, ist der Zugang zu langfristiger, kostengünstiger Finanzierung. Beim Ziel des Friedens besteht die zentrale Herausforderung heute im Wettbewerb der Großmächte. Die USA stehen im Wettbewerb mit Russland und China. Die USA streben nach Vorherrschaft in Europa gegenüber Russland und nach Vorherrschaft in Asien gegenüber China. Russland und China widersetzen sich den USA. Das Ergebnis ist Krieg in der Ukraine oder Kriegsgefahr in Ostasien. Wir brauchen ein stärkeres, von der UNO geführtes System, in dem der Wettbewerb der Großmächte durch die UN-Charta und nicht durch Militarismus und Machtpolitik geregelt und eingeschränkt wird. Allgemeiner gesagt sind wir über die Ära hinaus, in der ein einzelnes Land nach Vorherrschaft oder Hegemonie streben kann oder sollte. Die Großmächte sollten in Frieden und gegenseitigem Respekt unter der UN-Charta leben, ohne die Sicherheit des jeweils anderen zu bedrohen. Das Hauptziel der Technologie besteht darin, eine transparente und verantwortungsvolle Verwaltung der neuen fortschrittlichen Technologien, einschließlich Biotechnologie, künstlicher Intelligenz und Geoengineering, sicherzustellen. Solch mächtige Technologien dürfen nicht weiterhin im Geheimen von Militärs und mächtigen Konzernen verwaltet werden. Sie müssen mit Ehrlichkeit, Transparenz und Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit regiert werden. Das Hauptziel für die Jugend und zukünftige Generationen besteht darin, sicherzustellen, dass jedes Kind sein Potenzial durch eine hochwertige Bildung ausschöpfen kann. Bildung ist unerlässlich für einen anständigen Job und ein würdevolles Leben. Doch hunderte von Millionen Kindern, insbesondere in armen Ländern, sind entweder nicht in der Schule oder in minderwertigen Schulen, die nicht die für das 21. Jahrhundert erforderlichen Fähigkeiten vermitteln. Ohne eine qualitativ hochwertige Bildung werden diese Kinder ein Leben in Armut und Unterbeschäftigung oder Arbeitslosigkeit führen. Wir brauchen eine neue globale Finanzvereinbarung, um sicherzustellen, dass jedes Kind, selbst in den ärmsten Ländern, die Chance auf eine anständige Bildung erhält. Das Ziel der Reform des UN-Systems besteht darin, den UN-Institutionen mehr Macht zu geben und sie repräsentativer zu machen. Die UN ist heute zu sehr von einigen wenigen mächtigen Ländern abhängig, insbesondere von den USA. Wenn die USA beispielsweise ihre Beiträge an die UN nicht zahlen, wird das gesamte UN-System geschwächt. Wir müssen das UN-System stärken, indem wir sicherstellen, dass es ordnungsgemäß und zuverlässig durch ein neues System internationaler Steuern, zum Beispiel auf CO2-Emissionen, Schifffahrt, Luftfahrt und Finanztransaktionen, finanziert wird, anstatt durch die Beiträge einzelner Regierungen. Wir sollten auch die UN-Institutionen repräsentativer für die Welt von 2024 machen, anstatt für die Welt von 1945, als die UN gegründet wurde. Indien sollte zum Beispiel ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats werden. Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Welt, die drittgrößte Wirtschaft und ebenfalls eine Atommacht. 1945 war Indien noch eine britische Kolonie und erhielt daher zu dieser Zeit nicht seinen gebührenden Platz im UN-System. Eine weitere zentrale Empfehlung des SDSN ist die Einführung einer UN-Parlamentarischen Versammlung als neue Kammer neben der UN-Generalversammlung, UN. Die UN-GA gibt jedem Mitgliedstaat eine Stimme, wobei die Macht dieser Stimme in den Händen der Exekutive jeder Regierung liegt. Ein UN-Parlament würde die Völker der Welt und nicht die Regierungen vertreten. Am wichtigsten ist, dass der Gipfel der Zukunft eine Einladung zu intensiven globalen Überlegungen darüber ist, wie unsere tief vernetzte Welt für nachhaltige Entwicklung im 21. Jahrhundert geeignet gemacht werden kann. Es ist eine große Herausforderung, die von Menschen auf der ganzen Welt begrüßt und angenommen werden sollte. Eine große Debatte wird im September eröffnet und dann über Jahre hinweg fortgesetzt. Wenn Ihnen die Kriegstreiberei und die ewige Meinungsmache in den Mainstream-Medien genauso auf die Nerven gehen wie mir, dann empfehle ich das Magazin International. Seit über 40 Jahren publiziert dieses österreichische Widerstandsblatt vernünftige Analysen des Zeitgeschehens auf Deutsch. Hochkarätige Akademiker, Diplomaten und ortskundige Experten schreiben darin über alles, von Südamerika, Europa, über den Nahen Osten und Afrika bis hin zu politischen Geschehnissen in Asien. Das vierteljährliche Heft erhalten Sie physisch und es wird Sie sicher freuen, mal was Vernünftiges zu lesen. Ein Abo kommt direkt dem Redaktionsteam zugute und unterstützt eine echte freie Presse. Auf international.or.at können Sie sich das noch heute bestellen. Meine ehrliche Empfehlung für eine gute Lektüre.